Kurz vorweg, im Video wurden einiges an Fehler gebracht. Bitte nehmt euch das zu Herzen. Wenn ihr den Block ausbaut, holt euch eine zweite Person und beachtet bitte, dass ihr das Öl nicht auslaufen lasst. Das seht ihr jetzt nicht, aber ich hab den Ölschlauch vergessen abzuklemmen. Mein ganzer Boden ist voller Öl. Achte bitte darauf. Wieso mache ich so weit eigentlich nicht auf dem Hof? Auf der Arbeit. Ich glaube, das war eine 14, ne? Scheiße. Ah doch, es geht. Jetzt müsst ihr hier gegenkontern, eigentlich. Okay. Jetzt könnte ich euch einen Trick verraten. Den kenne ich aber noch nicht, den verrate ich euch gleich. Jetzt tue dann so, als ob ich es wusste. Oh Gott, bitte, fall nicht zusammen. Könnte ich dafür auch noch ein Holz haben? Spinne, 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 keine Spinne, oder? Nein. Langsam geht euch die Sonne unter. Okay, wenn du mir zusammenbrichst, bist du zumindest so ein bisschen stabil. Oh Gott, doch nicht. Doch, bist du. Oder? Nee. Jetzt. Jetzt kann ich mit dir machen, was du willst. Okay. Und zwar nehmen wir uns jetzt einen Gummihammer und am besten hält einer hoch, dass das Ding nicht ganz auf Spannung ist, aber wie gesagt, ich habe keine Freunde und keinen Gummihammer. Oder? Habe ich einen Gummihammer? Keinen Gummihammer. Gummihammer sagt nein. Dann. Oder hängt hier irgendwo? Keinen Gummihammer. So, jetzt ist er schon recht weit draußen. Jetzt muss ich mal kurz improvisieren. Moment, ich tue die mal eben in meine Box rein. Jetzt halte ich nämlich mit einem Knie das Ding hier hoch und pass auf, dass mir das nicht zusammenbricht. Und so. Hängt das nur irgendwo dran, Alter? Was ist los? Nein, ich habe mein Federbein vergessen. Oh, Bruder, ganz miese Nummer hier. Scheiße. Seitenständer? Stabil. Okay. Wie konnte ich eigentlich das Federbein vergessen? Soll ich das oben oder unten? Aber unten, eindeutig unten. Ist auch ein bisschen gebogen, ne? Ist auch nicht normal. Jetzt brauche ich einen Zehner-Schlüssel. Schon mal sofort gefunden in dem Durcheinander. Roller-Schrauben ist eigentlich einfach. Überall, wo eine Schraube rausgeht, geht es auch wieder rein. Eigentlich. Okay, jetzt wird es. Jetzt, 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 jetzt. Oh Gott, oh Gott, Bruder. Mach mal stabil jetzt. Okay. Okay, wo hängst du jetzt noch dran? Nirgendwo, oder? Alles ab. Schlauch ab. Schlauch ist so ab, ne? Ich hätte den Einschluck gar nicht abmachen müssen. Ich dödel. Nein, da hängt er noch dran. Fuck. Reichweitenoptimierung nennt sich das hier. Ja. Jetzt möchte ich aber nicht meinen Bagaser hier beschmutzen. Sag mal. Was bist du denn für eine Schelle, Alter? Jetzt geht der Scheißschlauch nicht ab doch jetzt. Jetzt, aber jetzt, jetzt. Ich muss mich jetzt verarschen, ne? Ich brauche mir Leute. Ich brauche unbedingt Freunde oder sowas. Gibt es die nicht auf Facebook oder Amazon oder sowas? Okay. Jetzt, äh, wie stelle ich dich denn jetzt hin, Alter? Anscheinend gar nicht. Doch. Nein, oh Gott, du sollst ja nicht verbiegen. Ich muss mir echt mehr Gedanken machen, wie ich arbeite. Ich habe eine Idee. Aber man, nicht mein Dad sagen, der kriegt sonst Anfall. Einen Anfall, Alter, was ist denn los mit mir? Sieht auch raus wie gewollt.